Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Für mich ist das Vater Unser ein Gebet, das wirklich so die Grenzen sprengt. Ich habe in meinem Lied zu meinem Wahlspruch gesungen, denkt größer von Gott, Vater Unser im Himmel, das reißt auch die Grenzen auf. Also denkt nicht zu klein von Gott. Dieser Gottesbegriff, wer ist Gott für mich, steckt da ja drin. Er ist wie ein Vater, er ist wie eine Mutter. Es ist jemand, den ich ansprechen darf, zu dem ich kommen darf. So beginnt es eigentlich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es heißt nicht, gib uns unser monatliches, unser jährliches oder unser lebenslanges Brot, sondern unser tägliches. Das heißt, ich kann meinen Glauben, ich kann mein Gebet auch nicht konservieren, sozusagen. Wie viele Leute, das tun wir jetzt einfrieren und wenn ich es brauche, hole es wieder raus. Ich muss täglich neu antreten. Das ist für mich eine wichtige Erfahrung des Gebets. Manche sagen, ja, ihr im Kloster, ihr habt doch den Glauben im Löffel gefressen. Ihr habt doch das alles schon. Ich muss auch täglich immer wieder neu antreten und mir praktisch Nahrung von Gott holen. Denn Brot ist ja die Gestalt, wo zum Ausdruck kommt, ja, der Wertegang auch, auch der Wertegang Jesu Christi, das Leiden und dann wieder zum Brot zu werden und eigentlich in der Eucharistie, dass er sich uns geschenkt hat und dass wir in diesem Brot ihn empfangen und dass das unsere Nahrung ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wenn uns Jesus wahrscheinlich nach dem beurteilen würde, wie wir vergeben, dann würde man wahrscheinlich auch wenig Vergebung erhalten. Aber dieses, wir haben ja heute so ein getrübtes Schuldempfinden. Wenige Menschen sagen, ich mache doch nichts, ich habe doch nichts getan. Wenn ich manchmal in der Beichte frage, haben sie jemanden umgebracht? Also Herr Pater, was denken denn Sie von mir? Und dann sage ich, es gibt ja so etwas wie einen Rufmord. Es gibt so etwas, dass ich Menschen nicht mehr anschaue, wenn sie nicht mehr ansehe und dadurch eigentlich auch, ja, abmurkse. Und ich persönlich finde, Schuld hat auch eine soziale Dimension. Also wenn ich etwas auslöse, dann verletze ich auch andere. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlösung heißt ja, er löst. Es ist keine Ich-Lösung. Von ihm geht es aus. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, der mein Leben prägt. Er löst. Und dann erlebe ich oft, dass Leute, wenn sie zu Erfolg kommen wollen, sich in Schuld verstricken, liest man ja täglich auch in der Zeitung, wie wenn der Teufel kommen würde und sagt, wenn du das und das mit mir machst und dich sozusagen mir verschreibst, deine Seele verkaufst, dann verhelfe ich dir zum Erfolg. Das erlebe ich immer wieder. Und dann werden die Menschen seelenlos, herzlos. Und das ist für mich so im Vaterunser eine ganz wichtige Entgegenwirkung. Das ist ja das Gebet der sieben Bitten. Die ersten drei Bitten sind praktisch, dass wir gehimmelt sind. Und die zweiten vier Bitten, das ist, dass wir geertet sind. Und das ist eigentlich der rote Faden. Also zuerst müssen wir in Beziehung mit Gott sein und dann mit dem Menschen. Das ist die, ich sage immer, die Vertikale und die Horizontale. Und weil wenn man nur den Menschen im Blick hat, dann wird eigentlich der Mensch zum Götzen gemacht. Und das zieht sich wie ein roter Faden eigentlich durch das Gebet. Und ich glaube, Jesus ist ja auch gebeten worden. Sag uns, wie sollen wir beten? Und dann gibt Jesus ihnen dieses Gebet. Für mich ist es so, das ist dir verheißen. Das hat für mich auch was mit Auferstehung zu tun. Dein Leben wird einfach mal in diese ewige Herrlichkeit eingehen. Und von ihm bekommst du die Kraft. Und es geht um sein Reich. Und dann Amen. So sei es. Also es brauchte immer wieder auch die Bekräftigung von uns dann. Ja, so sei es.